willkommen zurück zu einer neuen folge von portal 2 ich schaue mal grad nee das sah nur so aus als wäre dann vorsprung da können wir schon mal nicht hin also können es halt hier ein portal hinsetzen es bringt aber genau gar nichts da oben wäre noch eine tür schauen wir uns das mal an hier hätten wir glaube ich jetzt momentum jawohl sogar eine menge momentum gut können wir uns sogar dahin portal packen und dann einfach mal hier runter springen jawohl ich weiß wie wir ihn besiegen okay ah jetzt können wir da oben auch aufmachen nett aber jetzt wird das zeug hochgepumpt oder das ist aber nett da kommt sogar was um dich abzuholen nicht schön wahrscheinlich da unten hin oder ja dann hüpfen wir noch mal und bitte nach oben dankeschön vielleicht ist der jetzt ja auch super intelligent geworden man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht gut es gibt wohl bessere pläne um gegen eine allmächtige machtgeile k.i. vorzugehen aber immer noch besser als zu explodieren ein wenig frag mal nur belia ich glaube wir sind langsam wieder hier in bekannten gefilden wie gut zum teufel nochmal ihr seid kästen auf beinen es ist euer einziger zweck über tasten zu laufen wie könnt ihr euch eurem einzigen daseinszweck verweigern bierkästen auf beinen äh heißer kochend heiß koch ok kälter kälter eiskalt du erfrierst gerade es ist kalt ganz 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 kalt nun drück schon endlich den knopf lustig oder zum schreien komisch wir moxen hier seit zwölf stunden rum und du hast es nicht geschafft am besten wir lachen uns tot du hast eine stunde die zu lösen hat er uns jetzt schon entdeckt oder nicht ich glaube er hat mit den viechern geredet komm ich da durch ne komm ich da durch ne ich kann hier auch nirgendwo ne ich kann hier nichts durch setzen ach ich kann aber hier was durchsetzen sehe ich gerade ok dann halt so zumindest kommen wir jetzt hier ein bisschen voran hm hüpf na wie geht's euch na komm ha 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 ich wusste du schaffst es hallo zeit für paradoxe dieser satz ist falsch nicht darüber nachdenken nicht darüber nachdenken nicht darüber nachdenken nicht darüber nachdenken naja dann müssen wir noch ein paar kammern machen oder ich muss einfach testen scheinbar scheinbar willst du das nicht auch noch kurz reparieren du guckst also gerne zu aha wie man geschwind viel kann man jetzt noch auf uns warten also wie jetzt ist deutlich länger als der erste teil oh eins von eins ok diesen test habe ich selbst entworfen ist nicht ganz einfach siehst du die gräben sehr tödlich extrem gefährlich im moment noch nicht aber ich arbeite hart daran ah ok ja gut gemacht ja hast du das ist einmalig na war heftig ne ja wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier immer denselben und ich kann ich guck dir dabei zu ja das gefällt mir mh eher nicht so los geht machs einfach nochmal spiel den gleichen song nochmal und nichts naja ich hab's zumindest versucht ok neue tests neue tests hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche tests sein ah da sind sie hm ok mein paradoxonplan geht nicht auf und es hat mich fast getötet zum glück weiß er wohl über die testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche ja ja die frage ist wie gut kommen wir jetzt hier durch meint ist ja erfrischend mal wieder was einfaches zu haben hier allerdings auch ein wenig nervig der typ ah mittlerweile sind noch die Welsi Laboratories alles in butter ich habe gerade ein paar neue tests erfunden dieser test ist von mir nicht ganz nicht ganz siehst du das wort test da an der wand das ist brandneut ok also nochmal 19 ja ich glaube wir haben echt noch eine menge vor uns so dann mal auf zum knopf die armen würfelchen diese armen würfelchen möp ähm ja ich muss irgendwie ein Würfel hier hinkriegen dann schauen wir doch mal schweb ah fuck ich bin zu früh raus das passiert mir doch sonst nie hier dann kommen sie mal her dann darfst du nämlich da rein dann ah gut gemacht ihr beiden ehrlich jetzt warum warum geht ihr zwei nicht schon weiter ich hole euch dann ein die schlechte Nachricht das sind meine Tests sie sind also tödlich die gute Nachricht ähm es gibt bisher keine darauf komme ich später zurück ok alles klar mal schauen wir die vielleicht auch noch irgendwann überspringen können ich glaube wir die alle 19 machen müssen ich wollte dir gern bei den Tests helfen aber ich kann nicht entschuldige du bist allein mh kennen wir doch diesen Test habe ich selbst entworfen zusammengesetzt aus kleineren Tests die hier so rum lagen hab sie zusammengeschustert es gibt Tasten Schächte bodenlose Gruben alles mögliche einfach sensationell mhm dann schauen wir doch mal da müssen wir uns dann Dings holen ein Würfelchen ein Würfelchen ein Würfelchen das war eigentlich zu erwarten mhm Ich falle halt leider hier runter, wenn ich das umsetze. Und dann kann ich hier, glaube ich, irgendwie nur raus. Ah, hat sogar funktioniert. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber gut. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du, die Taste da drückt. Ich gehe da rüber und... Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Aha. Sollten wir hinkriegen. So, komm mal her, Würfelchen. Mist, das war... Erstmal nix. Achso, ich kann ja einfach hier hochholen. Also hier abnehmen. Komm. Dann darfst du mal da hin. Oh, ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein. Was ist auf die Karte? Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's, Leert. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Abzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, ich komme noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette. Bitte. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Okay. Ups. Hm. Okay. Wir haben hier wieder einen Strahl. Wie möchte ich denn meinen Strahl? Ich würde, glaube ich, gerne mal darüber. Kann ich hier nicht? Kann ich hier aber. So, dann kann ich hier wunderbar Knöpfchen drücken. Ich kriege dann einen Würfel. Der kann ich wieder zurückspringen. Da muss das Ding nachher hin. Also lege ich mir vielleicht mal den Würfel erstmal rüber. Kann ich das denn irgendwie... Das muss ich hier rüber machen. Das dürfte ich den Würfel abfangen. Dann bleibt er allerdings hier hängen. Ich komme nicht ran. So, außer ich setze dann hier noch schnell ein Portal um. Okay. Okay. So, schon mal nicht. Bist du jetzt davor oder dahinter runtergefallen? Ich glaube, fast davor. Ja. Schade. So. Hallo. Achso, der läuft sogar. Wie schön. Andererseits, wie kriegen wir dich denn hier rüber? Ich habe keine Möglichkeit, hier wieder zurückzukommen. Außer halt über dieses Ding da. Zumindest läuft er nicht weg. Ja, das war zu erwarten. Dass das nichts wird. Okay. Okay, da kann ich halt auch nichts setzen. Ich habe eine Idee. Ich könnte dann hier noch ein Portal... Also diesen Strahl setzen. Moment. Britzel. Dann werden wir da nämlich rüber transportiert. Die Frage ist, ob das reicht. Naja, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao. Na, na.